Ich bin Argentinier und spreche Deutsch dank zwei Männern. Der eine hieß Adolf Hitler. Der hat meine Großeltern nach Argentinien verjagt und die sind so dem Tode entkommen. Und dann habe ich einen anderen Namen, einen anderen Diktator, der da kam, wurde mein Vater geboren, konnte meine syrische Herkunft Mutter kennenlernen und so wurde ich geboren. Und wir 76 mussten fliehen vor der Militärdiktatur, weil Videla uns zurück nach Deutschland geschickt hat. Und so ist meine Geschichte entstanden. Also danke diesen Leuten, sonst würde ich nicht existieren. So, Leute, das müssen wir zusammen singen. Bitte, alle zusammen. Wir werden überkommen, wir werden überkommen. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do, I do believe that we shall overcome someday. Nehmt euch mal an die Hände. We walk hand in hand. Macht das mal, das tut gut. Wir sind alle zusammen. Heute 150, morgen 1500 und übermorgen sagen wir, stopp den Krieg. Alle zusammen. We walk hand in hand. 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 We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace every day. Oh, deep in my heart, I do, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. We walk hand in hand. We shall overcomeattendバト end. We shall overcome someday. We shall overcome today. We shall overcome today. Murder conocemos Goodbye. estud lamentationsrauam. Vielen Dank.